Hey, Internet und YouTube. Zeug... Zeilen? Business? Sie was? Damit sie was sehen. Sherlock? Geh, lass mich vor. What? Invisib... Oh, Jesus Christ! Die Blitzer! Na, ihr zieht aber gewaltig Energie ab, du. Lass mich... Lass mich auch mal ran. Ah! Ah, what? Excuse me? What? What? Ich... Was war das jetzt? Was war denn das jetzt? Das müssen wir doch gleich nochmal probieren. Holy gee! So weit, so gut? So weit, so gut? Killer! Okay, okay. Woop woop, for the win. Woop woop, baby. What's the makeup? Wenn du mal nicht weiter weißt... Nimm wup wup! Ob du wirklich richtig stehst... Siehst du, wenn das... Wup wup angeht. Oder so in der Richtung, war das. Ich bin nicht auf Legendär, ich spiele auf Meister. Könnt ihr euch also vorstellen, dass ich da auf eine Stufe höheren nicht mehr Spaß hätte, oder? Fünf! Brutzel, brutzel, Gott sei Dank bin ich nicht die anderen weggegangen und werde ja gleich tot gehen. Was willst du dir mit einem Pfeil im Bogen, mein Freund? Die ist jetzt so unnötig. Haben wir's? Also, geht doch. Leute, wir haben nicht ewig Zeit, okay? Servus! Na, wer steht denn hier? Ist... Jesus! Nein, 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 ich br... Okay, einmal brutzeln, tot. Wunderbar, ist echt exquisit. Eine exquisite Geschichte. Nein, 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 es kann nie too soon sein. Oh, schnell, 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 schnell. Hier waren ja die Probleme. Oh, shit, shit, lass mich ja vorbei. Bevor er brutzelt, geh weg, geh aus dem Weg! Geh aus dem Weg! Oh mein Gott, war das knapp. Oh mein Gott. Oh. Ich untersuche mal, ich nehme das Gold. Heilung, okay, wunderbar. Das ist schon mal sehr exquisit. Silberring heilt nicht, aber macht mich glücklich. Ich muss kurz entspannen, Jungs. Tötet mal hier. Okay, jetzt mit dem Gold fühle ich mich schon etwas besser. Haben wir's dann? Haben wir's? Haben wir's? Ich meine drei Leute... Hallo? YouTube, wartet. Okay. Hundertzehn, mein Freund, und du hast dreißig. Komm, 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 regenerier dich, was ist los? Ich bin leer. Are you serious? Yes! Okay, F5. Oh, wow! So leicht will ich nicht sterben. Ich nehme das Gold. Ziege in die Säcke. Okay? Okay. Okay, okay. Ihr geht voran! Jawohl. Seht gut aus. Wer? Ja, super! Alles umsonst! Wo ist die Gold, mein Freund? Entschuldigung. Entschuldigung. Okay, Ingvar wants it. Wenn Sie hurry, Sie noch finden es dort. Und Sie... May your journey to Songard be swift. What? No, wait! Bearclaw Cave is just east of here, down in the valley. We have to hurry. Meet us at the entrance. Warum hast du ihn getötet? Hm, innocent. He was one of Ingvar's goons. He would have either come back to fight us, or suffered a far worse fate for telling us what he just did. Okay, let's go. We'll meet you there. Müssen wir den ganzen Weg zu Fuß zurück gehen? Der Arme! Du bleibst hier, mein Freund. Ja, warum untersuche ich leere Begräbnisohren? Das ist doch krank. Wo muss ich hin, überhaupt? Naja, stell dich mal nicht zu andern, Freund. Der Weg war umsonst. Das war mal wieder so klar. Oh, oh. Ach, das war der. Vermunschende Typ. Um den ist nicht schade. Kein Problem. Wir alle werden drauf gehen. Was ist das? Was? Ja gut, dann, äh, I'll pop in the way. Oder wartet, vielleicht mach ich ne Schnellreise. Und ihr... Läuft. Das wäre natürlich wie... Oh, Jesus. Hier ist nix. Das war ja klar. Okay, ich mach... Okay, wunderbar. Ne Abkürzung. Halleluja. Ich hab so viele Pfeile hier oben. Okay, perfekt. Jetzt. Did it. Was hab ich hier abgeschlossen, dass ich jeden getötet habe? Good. Ah, hier war ja der... Der Wasserfall. Yay. Oder? War ich hier? Natürlich. Muss ich ja. Ich hab keine Ahnung. Gehen wir drauf, wartet. F5. Uuua. Ich bin tot. Ha. Gut. Wie oft bin ich in der Folge schon gestorben? Dreimal? Viermal? Gut. Wunderbar. Das war knapp. Aber ich liebe das Abenteuer. Das Risiko. Und... Die F5 und F9 Taste. Shut up. Ich kenne dein Leuchten allzu gut. So. Let's run. Run, 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 run. Warum sind die überhaupt schon dort? Finde ich zum Kotzen. Okay, wir holen uns den Schlüssel. Zurück zu Agnes. Das... Lasst mich raten. Die anderen haben sicher komplett versagt, oder? Und dann muss ich trotzdem den Schlüssel holen. Hundertprozentig. Agnes wird mir wieder irgendeine abenteuerliche Geschichte auftischen. Ich ging... Irgendwo. Aber... Die Sache... Was, Agnes? Kommt zum Punkt. Die Sache war die... Wir gingen... Agnes, bitte! Du hast versagt. Gib's zu! Warum ging ich jetzt gerade zurück? What is this madness? Achso, ich bin ja sowieso... Das muss der Ort sein. Okay, weg mit dem Pfeil. Merci. Ich hör dich. Da hat er sich gleich verpieselt. Warte, hast du mich erschreckt? Oh mein Gott. Entschuldigt, habt ihr euch schon gemütlich gemacht hier ein Lagerfeuer? Ja, super! Entschuldigt, dass es so lange dauert. Hey! Du wirst nicht happen to have any meal, do you? Just kidding. Unless you do. You're funny. You're funny. Okay, und jetzt? Good, you're here. Yes, I am. Get in there. With any luck, the key will be laying around somewhere. Let me know, if you... Genau, einfach so. Am besten, wir schauen unterm Teppich nach. Unter... Vorsteher. Tür vorsteher. Oder warte, habt ihr ne... Top... Did you find the key anywhere yet? What the key? Ich bin doch gerade erst hier drin, do Idioten. Doch, ich bin... Wieso? Wie? Kannst du mir... Vielleicht erklärst du mir wie. Das war nur ein Witz mit dem... Hallo, servus. Du hast dich selber eingesperrt, mein Freund. Das ist ein Todesurteil. Gib mir einen Finisher. Gib mir einen Finisher. Okay. Ein langsamer Tod geht auch. Ist auch in Ordnung. Ich... Ihr kämpft, ich nehm die Schätze. Gut, gut, gut. Dittrich, Gold, Supi, Supi... Oh, yes. Orkische Rüstung, Supi, Dupi. Braucht nur niemand. Vielleicht noch ein Heimding. Wäre nicht schlecht. Habt ihr alles in der Kontrolle? Sehr gut. Stopp, nicht reden, sondern kämpfen, mein Freund. Oh, Ulga. Ja, du bist. Wer kämpft denn hier die ganze Zeit? Ich hab... Es tut mir... Du siehst aus wie ein Bandit von hinten. Ich hoffe, er nimmt mir das nicht übel. Dittrich, Gold, Supi, Dupi. Hab alles, was ich brauche. Es tut mir leid, Ulga. Komm, stauf. Ich reich dir meine Hand. Nimm meine Hand. Sei nicht so stolz. Ist das schwindelig noch? Oh, stark, wie ich zuslage. Hm. Okay. What is this? Liegt er hier? Wo soll er sein? Nicht jetzt. In here, somewhere. Maybe in this... Oh no. Too well. Oh no. No, no, no. God. Haha. Gold. Tö, tö, tö. Das sieht mich nicht. Oh, hier liegt nichts. Hier liegt nichts. Shut up. Ich bin gar nicht einmal am suchen. Macht ihr auch mal was. Was gibt's hier? Eier brauche ich nicht. Ja, danke schön. Nicht, dass ich Heilung brauchen würde. Was redest du? Das passt denn nicht zusammen. Ich find the key anywhere here. Oh, also not mad. Okay. No, I did not... I don't know where the key is. Did you find the key anywhere here? Hast du ihn eingesteckt? Okay. Hier muss ich... Ja, super. Okay. Das heißt, alles durchsuchen. You're welcome. Ich weiß es nicht. Wo ist der key? Auch jedes Mal, wenn ich aufs Bett gehe, oder was? Du kleiner... Lass mich hier mal. Habe ich die Leichen durchsucht? Nein. Gott, nein. Graviert ist gut. Oh. Wie ich die Sachen nicht brauche? Okay. Dich habe ich geklickt, oder? Okay, perfekt. Wo ist der key? I don't know. Wie sieht der überhaupt aus? Wie ein key, wahrscheinlich. Geht Schlüssel. Aha! I did it. Locker, flockig hier aufgemacht. Gold. Kein key. Okay, er muss irgendwo hier drin sein, wenn der Pfeil so offensichtlich ist. Did you find the key? Shut up. Okay, in einem Fass drinnen, wunder... Kartoffeln. Did you find the key? Frag mich noch einmal, und du wirst deines Lebens nicht mehr glücklich. Ich sag's dir. Das letzte Mal. Ja, bin ich blöd? YouTube, keine Antworten auf diese Frage. Wo ist der Fuh? Ich weiß es nicht. Und am Bett wahrscheinlich. nach dem Laken. Oh, shut up! Woher soll ich... Was ist das? Ich hab nix gefunden. Das sieht doch nicht mal aus, das sieht aus wie ein Hühnei. Ich hab was gefunden. Ja. Ja. Kommt Zeit lang. Mir muss man gar nichts erklären. Ich mach hier die Drecksarbeit. What can I do for a fellow Nord? Nerd? Nord. Of course, Nord. Nicht Nerd. Aha! Hier war ich ja. Okay, wir gehen hier wieder raus. Ich hab den Schlüssel gefunden. Agnes wird sich freuen. Muss ich zu ihr? Bauen wir hier. Bauen wir hier doch glatt nochmal eine sexy Schnellreise ein. Exakt. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Ach komm, gib mir das Bild. Ah. Oh yeah. Es ist so wunderschön hier. Okay. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.